Was ist die Marketingmaßnahmen für Hilka? Referenzen, ganz wichtig. Und bei den Blogs funktioniert das so, dass ich die thematisch aufgesetzt habe. Also es gibt den Blog Social Media für Unternehmer, den Finanzmarketing-Blog und den Digital Leader-Blog. Und so kann ich die einzelnen Themen in diesen Blogs einfügen, neu schreiben oder aus Büchern oder mich auch aus anderen Beiträgen beziehen. Und natürlich, Video ist der große neue Trend im Online-Marketing, der in Wahrheit gar nicht so neu ist. Aber was wirklich neu ist, dass man in häufiger Frequenz viele kurze Filme postet. Das ist wirklich neu. Das sind jetzt sogar nicht nur die Zwei-Minuten-Filme von YouTube, sondern sogar eine Minute, wie bei Vine. Oder die laufen auch bei Google sehr gut. Und diese Videos einzeln zu produzieren, ist natürlich ein Wahnsinnsaufwand. Das ist überhaupt nicht effizient für Unternehmen. Deshalb macht es viel mehr Sinn, die an einem Tag zu drehen, so wie hier in diesem Film, den Sie gerade sehen. Und an diesem Tag heute drehen wir nicht nur diesen einen Film, sondern gleich zehn auf einmal. Das macht die Sache viel effizienter für die Planung und für die Durchführung und für die Produktion anschließend. Und so kann ich dann in Folge immer wöchentlich, monatlich, zweiwöchentlich, wie auch immer meine Taktung ist, das verteilen über Social Media. Ich habe immer neue Inhalte, aber die Produktionskosten sind deutlich überschaubar. Ja, jetzt denken Sie vielleicht, was sind meine Themen, wie kann ich das angehen? Wenn Sie da Unterstützung brauchen in der Themenfindung, im Storyboard, in der Auswahl der Locations und auch an der Frage, wie setze ich mich denn hin, was ziehe ich an und wie sind meine Sprechtexte, die sind ja anders wie in der geschriebenen Sprache, dann sprechen Sie uns an. Wir betreuen Unternehmen in diesem Bereich und unterstützen auch komplett die Durchführung und natürlich auch anschließend die Verteilung der Videos im Internet. Rufen Sie uns an!